Bei einer Militärparade im Iran hat es einen Anschlag gegeben. Dabei sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Genauere Zahlen lagen zunächst nicht vor. Der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge hatten Unbekannte in der südwestlich gelegenen Stadt Ahwas von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgarden geschossen. Die Angreifer konnten zunächst flüchten. Sicherheitskräfte nahmen ihre Verfolgung auf. Dabei sollen weitere Schüsse gefallen sein. Ahwas ist das Zentrum der Provinz Tschuzistan. Dort lebt auch eine arabische Minderheit. Das arabische Staatsfernsehen machte sunnitische Aktivisten für den Angriff verantwortlich.